Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lege mich mal an, ich freue mich, da nochmal die Scheinwerfer und hier dann wieder, ja. So sitze ich hier an der Band hier an, wo ich ein bisschen was tue und freue mich, dass ihr da seid. Zum Manuel am Abend, im Herbst. Ja, wie man sieht, es wird alles grün, also nicht direkt grün, aber so gelblich, ne. Wie es halt im Herbst so ist, ne. Zum Manuel am Abend. Da unten ist mein Flaschenpfand, wie ihr sehen könnt. Der Herbst ist da. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Was soll man da sonst zu sagen? Ja, ähm, es ist Herbst, es wird langsam kühlen. Ja, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Manuel am Abend. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, äh, weil es ein bisschen windet. Und, ja, nun bin ich hier. Hier sitze ich, wie ihr sehen könnt, im Oktober. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe mir, äh, muss ich dazu sagen, Heute, die DVD, nicht, sondern die Blu-Ray von Titanic geholt. Und ich muss dazu sagen, es hat sich gelohnt. Es sind da Sachen drauf, die ich so zuvor noch nicht kannte. Auch den RTL-Teiler zu Titanic. Und in HD. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Doch, hier könnt ihr es sehen. Ist sogar in HD. Also, der Preis war auch günstig. 9,99 Euro. Also, es hat sich gelohnt. Ehrlich. Muss ich sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, da, 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 oh, no.